Jetzt habe ich gerade die letzte Blüte von der Mitte gehabt, das ist ein Schlussrössstück vom Ross. Jetzt musste ich den Daily benennen, dass verschiedene Zäume oder Trenzen an der Bank gefangen sind. Ich habe eine gewisse Nummer gehabt. Vorher hatte ich die Aufgabe, einen normalen Zahn zusammenzusetzen mit Trenzen und Zügelauern und nur eine Kandarrenzahn. Und ist dir das gut gegangen? Ja, ich glaube es ist nicht so schlecht. Bis auf dem Kandarrenzahn habe ich die Gymnasiengang so wenig einen Erfehler gemacht. Aber das weiss ich jetzt halt nicht, aber sonst kann ich das Gefühl, dass ich alles richtig gut bin. Was ist das für ein Gefühl, wenn da so viele Augen auf einen gerichtet sind? Man wird sich gar nicht so gross auf die Augen konzentrieren. Man ist eigentlich mehr mit sich selber beschäftigt. Aber auch wenn man die Bodenschule macht, ist man wirklich darauf, dass ein Ross bombet und mit so vielen Leuten unter dem ganzen Umfeld ist es nicht einfach. Also man ist wirklich nicht abgelenkt mit der Zuschauer.